Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speed Learner da draußen, heute muss ich euch ein großes Kompliment machen. Ihr seid großartig. Warum seid ihr großartig? Ich habe euch von meinem Brunnenbauprojekt in Ghana erzählt. Gestern habe ich mich mit dem König getroffen, der das Volk der Ewe in der Volta-Region in Ghana regiert, von Deutschland aus. Er hat eine sehr interessante Geschichte. Das soll hier nicht das Thema sein, sondern dazu gibt es genug Informationen dann auch im Internet. Aber wir haben jetzt mit dem Bau des nächsten Brunnen begonnen. Und dieser Brunnen, der wird in einem kleinen Dorf eben in der Volta-Region gebaut. Dort, wo die Menschen bislang aus Tümpeln und aus Flüssen ihr Trinkwasser zu sich nehmen mussten. Und um so einen Brunnen zu bauen, braucht man jeweils 6000 Euro. Ich habe ja Anfang des Jahres zu dieser Unterstützung im Brunnenbauprojekt aufgerufen. Und dank eurer Hilfe haben wir jetzt schon insgesamt 3500 Euro an Spenden gesammelt. Zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass von den Online-Verkäufen 10% der Online-Verkäufe in unserem Shop werden an das Brunnenbauprojekt gespendet. Das kommt noch mit dazu. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir ein Produkt, das wir neu in unserem Shop haben, zu 100% dem Brunnenbauprojekt spenden werden. Und das ist unser Grundkurs Hypnose, also die Grundlagen der Hypnose. Das ist ein Kurs, den wir aufgesetzt haben. Der ist auf Grundlage meines Buches. Hypnosetherapie, Grundlagen und Technik. Dabei sind dann noch zahlreiche Skripte, über 70 Hypnose-Skripte, mit denen man selbst Hypnosen mithilfe der Inhalte des Buches und der Skripte sich erstellen kann. Es sind weitere Audiodateien dabei, die die Inhalte des Buches entsprechend erklären. Es sind Live-Aufnahmen von Sitzungen mit Patienten dabei, wobei man die Patienten nicht hört, sondern eben nur um eine Hypnose, die da durchgeführt wird. Ich habe ja 25 Jahre eine Hypnosepraxis betrieben und über 25.000 Hypnosen gemacht. Und daraus sind eben diese Dinge entstanden. Also es ist ein Kompaktkurs und wir haben ihn im Shop für 290 Euro. Wenn ihr ihn direkt über mich bestellt, bekommt ihr ihn für 250 Euro, weil wir dann die Abrechnungsgebühr von Digistore sparen. Also am besten eine direkte E-Mail an mich, an info at speedlearning.academy. Oder wenn ihr in unserer WhatsApp-Gruppe seid, den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung, dann bekommt ihr sowieso 20% auf alle Produkte im Shop. Einfach über die WhatsApp-Gruppe dann, Speed Learning Academy heißt die WhatsApp-Gruppe, einfach bestellen. Wer dieser Gruppe noch nicht beigetreten ist, einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung. Das heißt 250 Euro für diesen Kurs und die werden komplett für dieses Brunnenbauprojekt gespendet. Und das bedeutet, sobald wir 10 Kurse verkauft haben, ihr Lieben, ist der Brunnen finanziert und wir können uns an den nächsten Brunnen machen. Und dieser Kurs, der wird auch in Zukunft zu 100% an dieses Brunnenbauprojekt gehen. Ist mir ein großes Anliegen. Das heißt, wenn wir es mal ausrechnen, wenn wir 25 dieser Kurse verkauft haben, haben wir jeweils den nächsten Brunnen. Aber jetzt brauchen wir eben erstmal 10 Leute, die sagen, jawohl, Hypnose interessiert mich, wollte ich schon immer mal lernen. 250 Euro bin ich bereit jetzt auch zu zahlen und wenn das auch noch für einen guten Zweck ist, dann ist das doch großartig. Warum ist es gerade in der jetzigen Situation sehr sinnvoll, sich mit Hypnose zu beschäftigen? Und was hat Hypnose mit Speed Learning zu tun? Darum geht es jetzt in dem Podcast. Denn, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, wir befinden uns im Krieg. Und das ging schneller, als irgendjemand damit gerechnet hat. Russland ist in der Ukraine einmarschiert. Ich glaube, wir alle sehen im Moment tagtäglich die Nachrichten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Familie und ich, wir sind tatsächlich in großer Sorge. Denn aus psychologischer Sicht hat die NATO mit den Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Russland psychologisch den Krieg erklärt. Und es gibt verschiedene Hinweise darauf, auch wieder aus hypnotherapeutischer Sicht oder hypnoanalytischer Sicht, die dafür sprechen, dass das Ganze auch für uns große Konsequenzen haben kann. Und aus diesem Grund haben wir uns eben entschieden, auch uns auf diese verschiedenen möglichen Szenarien entsprechend vorzubereiten. Und seitdem leben wir wieder etwas entspannter und auch mit weniger Sorge. Was bedeutet das jetzt aber für dich ganz konkret? Ich möchte jetzt auch gar nicht hier über die aktuelle Weltpolitik sprechen, sondern ich möchte einfach mal erklären, wie Hypnosekenntnisse und Speedlearning-Techniken in Zeiten eines Krieges, wenn man selbst betroffen ist, lebensrettend sein können. Das eine ist mit Hypnose, wenn man hypnotisieren kann, dann weiß man, dass jedes Wort, jeder Gedanke eine körperliche Reaktion herbeiführt. Das heißt, eine Aussage führt zu einer Vorstellung. Und diese Vorstellung führt wiederum zu der körperlichen Reaktion. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Bericht höre über eine militärische Aktion, sagen wir mal, ich sehe auf der einen Seite eine Gruppe von Soldaten, wie sie in einem Bunker sitzen beim Essen. Und unten drunter steht die Suggestion, hier sind russische Soldaten und bereiten sich auf die Invasion Kiews vor. Oder ich sehe, hier sind russische und ukrainische Soldaten und besprechen gemeinsam Möglichkeiten, den Krieg zu beenden. Das Bild ist das gleiche, aber die Vorstellung, die ich dadurch hervorrufe, ist eine andere. Genau das gleiche, wenn ich im Moment so die Nachrichten mir subtil angucke, wenn ich mir angucke, was so im Fernsehen an Filmen im Moment gezeigt wird, da kommt zu subtil immer so ein bisschen die Botschaft, dass es positiv ist, in den Krieg irgendwie mit hinein zu kommen. Wir rüsten auf. Die Aufrüstung soll jetzt auch nicht temporär werden, sondern das ist eine Sache, die jetzt langfristig angelegt wird. Es wird aufgrund von Satellitenbildern entschieden, was gut oder schlecht ist. Wir senden Soldaten an die Grenzen, an die Außengrenzen der NATO. Wir finden es gut, dass Erdogan den Bosporus schließt. Wir finden diese Wirtschaftssanktionen gut. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, es trifft ja nicht Putin, sondern es trifft eben das Volk. Es trifft den einfachen Handwerker und alles und das ist schlimm genug. Und der Westen ist im Moment wieder so in seinem Kolonialdenken. Ja, so wie früher gegenüber der Invasion in Afrika und in Saudi-Arabien oder in den arabischen Ländern, dass wir uns einfach wieder für die überlegene, klügere Rasse halten. Das ist uns schon mal um die Ohren geflogen. Von daher muss man wirklich ganz vorsichtig sein, wie man im Moment kommuniziert. Auch wir haben einen Hilfstransport, den wir hier unterstützen und haben dafür jetzt Spenden gesammelt in der letzten Woche. Und nächste Woche wird hier ein großer Transport losgehen. Das ist alles schön und gut und das ist wichtig, den Menschen zu helfen. Aber am Ende werden wir miteinander reden müssen. Also wir werden diesen Konflikt nur durch Gespräche wirklich lösen können. Es gibt in der Weltgeschichte nicht eine einzige Situation, in der eine solche Eskalation durch Sanktionen niedergelegt werden konnte. Und aus hypnoanalytischer Sicht bringen wir somit Putin in eine Situation, in der es nur einen Ausweg für ihn gibt, nämlich nach vorne. Und das ist genau das, was eben das große Problem ist. Und mit Hilfe von Hypnose gelingt es euch auf der einen Seite, die Berichterstattungen auf beiden Seiten mit anderen Augen zu sehen. Es gelingt euch erstmal eure eigenen inneren Dialoge wieder in die richtige Richtung zu bringen, damit ihr sagt, es ist sinnvoll, sich Gedanken zu machen, was passieren kann, sich entsprechend auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten, um dann wieder ein normales Leben ohne Panik, Angst und was auch immer zu führen. Es ist völliger Quatsch in Panik auszubrechen, aber mit guten Gedanken vorbereitet zu sein, ist durchaus sinnvoll. Hinzu kommt jetzt, dass man natürlich im Falle einer solchen militärischen Auseinandersetzung, sofern sie uns dann irgendwann auch betrifft, in der Lage sein muss, ohne technische Hilfsmittel auszukommen. Das heißt, wenn euch jemand eine Information gibt, dann müsst ihr in der Lage sein, euch diese Information zu merken. Beispielsweise merkt ihr euch anhand der Baumliste, mit Hilfe der Baumliste, die wichtigsten Telefonnummern, die ihr braucht. Oder ihr merkt euch anhand der Körperliste die wichtigsten Gegenstände, die ihr im Falle eines spontanen Verlassens eurer Wohnung mitnehmen müsst, die ihr im besten Fall auch schon irgendwo gerichtet habt. Oder ihr nehmt das Major-System, die Konsonantentechnik, bei der ihr Zahlen in Buchstaben umwandelt. Ihr findet das alles in unserem 30-Tage-Training für das perfekte Gedächtnis, diese ganzen Techniken. Aber ansonsten auch irgendwo anders im Internet, aber da sind sie eben kompakt. Mit der Konsonantentechnik wandelt ihr Buchstaben in Zahlen um und umgekehrt. Das heißt, ihr könnt jemandem eine Nachricht zukommen lassen, schiffriert, die nicht jeder lesen kann. Die jemand, der in die Speed-Learning-Technik nicht eingewiesen ist, nicht entschlüsseln kann. Ihr könnt einen Treffpunkt so dechiffrieren, dass der Name der Person, die ihr treffen wollt, in einer Uhrzeit dechiffriert ist und die Uhrzeit in einem Namen. Sodass im Grunde für jemanden, der das liest, der Eindruck entsteht, ja, der trifft diese Person um die und die Uhrzeit. Und dann möglicherweise noch einen Ort, um da noch einen Sicherheitscode oder irgendeinen Erkennungscode oder irgendwas weiterzugeben. Eine andere Technik oder eine andere App, die auch in schwierigen Zeiten funktionieren wird, denn das WLAN komplett auf der ganzen Welt abzustellen, wird nicht funktionieren, ist die App What3Words. Da finde ich jetzt im Moment interessanterweise auch immer mehr Werbung davon. Ich habe vor kurzem Fernsehen Werbung gesehen, hier in Mainz ist Plakatwerbung. Das ist ganz merkwürdig, denn ich habe diese Apps das erste Mal vor vier Jahren kennengelernt und in den letzten vier Jahren hatte ich den Eindruck, dass sich niemand dafür interessiert. Aber jetzt kommt das wieder hoch und da wurde mit dieser Kartografie die gesamte Welt in lauter 3x3 Quadratmeter Flächen eingeteilt und jede Fläche hat einen Drei-Wortsatz sozusagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem sage, dass wir uns am Bahnhof treffen, dann muss ich sagen, wir treffen uns am Bahnhof, am Eingang oder wir treffen uns auf Gleis 5 oder wir treffen uns bei der Bäckerei. Aber wenn ich jetzt tatsächlich den genauen Ort auf drei Meter eingrenzen möchte, gebe ich einfach diese drei Wörter. Dann ist möglicherweise der Eingang des Bahnhofs ein anderer Ort auf diesen, also nicht möglicherweise, sondern garantiert, als der eigentliche Treffpunkt. Wenn ich jetzt beispielsweise jemandem sagen würde, wir treffen uns in meinem Büro, dann hat er natürlich die Adresse meines Hauses, aber um genau in mein Büro zu kommen, müsste er drei Wörter kennen. Jetzt nehme ich mal gerade ein Beispiel. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Restaurant und wenn ich mich an diesem Restaurant treffe, dann wären die drei Wörter Proben, Streben, Tümpel. Und das muss man dann in dieser App eingeben und die führt einen dann direkt zu diesem Restaurant. Wenn ich jetzt aber meinen Sitzplatz in diesem Restaurant exakt definieren möchte, dann wäre es Flugreise, Aussprache und Leinen, weil ich ja nicht vor dem Restaurant stehe, sondern im Restaurant drin sitze. Und das sind alles Techniken, mit denen ich kommunizieren kann auf eine Art und Weise, indem ich zum Beispiel diese drei Wörter in einer Nachricht über einen Messenger-Service oder über einen Zettel, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Nachrichten auf Zettel zu hinterlassen, indem ich diese drei Wörter zum Beispiel in Großbuchstaben schreibe, mit großen Anfangsbuchstaben und alles andere klein schreibe. Oder indem ich ein Gedicht schreibe, das mit jeweils diesen drei Wörtern beginnt. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, ansonsten Namen merken von Personen, Gesichter, wenn man ein Bild gezeigt bekommt, sich Gesichter zu merken, das sind alles Dinge, die ihr eben auch in unserem 30-Tage-Power-Training lernt. Also, aus meiner Sicht, für den möglichen Fall dessen, was wir uns alle nicht wünschen, die optimale Vorbereitung wäre tatsächlich, sich mit Hypnose zu beschäftigen, mit hypnotischen Sprachmustern und hypnotischer Kommunikation und mit Speed-Learning-Techniken, um euer Gedächtnis wirklich auf Vordermann zu haben, dann, wenn ihr keine anderen Hilfsmittel zur Verfügung habt, weil plötzlich euer Handy nicht mehr funktioniert, weil ihr plötzlich nicht mehr ins Internet könnt, weil kein Strom da ist und so weiter und so fort. Ja, das war heute ein bisschen ein sehr ernstes Thema und ich habe lange überlegt, ob ich das hier im Podcast überhaupt zum Thema machen soll, weil der Podcast sich um andere Dinge dreht. Aber ich möchte vermeiden, dass dieses Wissen in irgendeiner Form jemandem helfen könnte, der es braucht und er es aber einfach, weil man ein ernstes Thema hier nicht zur Sprache bringen wollte, nicht bekommt. Von daher wird es ab nächster Woche wieder besser werden. Ich habe jetzt einmal dieses Thema angesprochen und damit soll es auch gut sein. Ab nächster Woche werden wir uns dann wieder mit fröhlicheren Themen und es gibt ja im Grunde keine Themen, die schlimmer sind, aber gut. Und mit fröhlicheren Themen widmen. Also, die Links zu den beiden Produkten, die ich gerade genannt habe, die stelle ich dir nochmal in die Shownotes, speziell auch. Wie gesagt, mit dem Hypnosekurs tust du nicht nur für dich was Gutes, sondern du unterstützt auch das Brunnenbauprojekt und mit dem 30-Tage-Training genau das Gleiche. Und wie gesagt, wenn ihr beides, ich stelle den Link zum Shop in die Podcast-Beschreibung, aber wenn ihr euch direkt an mich wendet über info.at speedlearning.academy oder über die WhatsApp-Gruppe, auch den Link findet ihr in der Beschreibung und da direkt bestellt, dann bekommt ihr jeweils 20% und auch hier habt ihr dann nochmal einen kleinen Vorteil. Gut, an dieser Stelle danke fürs Teilen, danke fürs Zuhören, danke für positive Bewertungen, aber es ist mir tatsächlich bei dieser Podcast-Folge völlig egal, ob ihr sie positiv bewertet oder nicht, mir ist es viel lieber, wenn ihr sie teilt, damit möglichst viele Menschen nochmal von diesen Möglichkeiten, sich durch gute Gedächtnistechniken in gefährlichen Situationen in Sicherheit bringen zu können, profitieren können. Vielen Dank euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hidden Track Tja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in dem Podcast gesagt, dass ich mich vorbereite und wir haben jetzt tatsächlich unseren Keller schon ausgestattet, um im Falle eines atomaren Angriffs hier im Keller einen Monat aushalten zu können. Wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, welche Möglichkeiten es gibt, was schlimmstenfalls passieren kann und so ein Angriff ist aus meiner Sicht nicht so unwahrscheinlich im Moment. Und ich hoffe inständig, dass ich mich in meiner begrenzten militärischen und politischen Kenntnislage sehr, sehr irre und dass ich hier einfach überängstlich bin und übertreibe. Und das macht nichts, weil die Lebensmittel, die wir gekauft haben, lange haltbar sind und uns gut schmecken und wir uns da auch nicht geißeln müssen. Und das Radio, das Batteriebetriebene und die Gaskocher und diese Mengen an stillem Wasser, das kann man alles auch in den nächsten Monaten dann der Reihe nach wieder konsumieren und verkonsumieren und notfalls machen wir einfach eine hammergeile Party und dann laden wir viele Leute ein, wenn endlich wieder Ruhe ist. Aber bis dahin sind wir vorbereitet. Wir haben uns tatsächlich auch ABC-Schutzanzüge geholt. Wir haben unsere wichtigsten Dokumente zusammen und wir haben vor allem ganz offen darüber gesprochen, was wir machen, wenn es hier krachen sollte. Und ja, und da ist unser Keller im Grunde dann erstmal unser Zuhause. Nichtsdestotrotz, du musst dir deine eigenen Gedanken machen, aber wenn selbst der Berater von Angela Merkel, der außenpolitische Sprecher, der wirklich jahrzehntelang mit Putin auch schon zu tun hatte, sagt, dass das niemand erwartet hat, dann ist glaube ich klar, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der unberechenbar ist und der aus meiner Sicht auch nichts mehr zu verlieren hat. Meine persönliche Meinung und ich möchte, dass es wirklich auch so verstanden wird, ist, dass Putin diesen Krieg nicht überleben wird. Entweder, weil er sein Land in einen Zustand bringt, in dem er von dem Rest der Welt zerstört wird oder was die für den Rest der Welt bessere Lösung wäre, tatsächlich die Kopfgelder, die ausgesetzt wurden, auf ihn ernst genommen werden und es jemanden gibt, der die Möglichkeiten und den Mut hat, sich dem Thema anzunehmen und das Problem Putin zu lösen. Wobei wir nicht wissen, was danach kommt und das ist die andere Seite der Medaille. Von daher macht ihr einmal mit deiner Familie gemeinsam die Gedanken, was wäre schlimmstenfalls und wie werdet ihr euch dann verhalten, wie werdet ihr euch darauf vorbereiten, damit ihr heile aus einem möglichen Super-GAU rauskommt. Und ansonsten, wenn du Leute kennst, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen, Kinder haben, die hier zur Schule gehen sollen, dann sag mir Bescheid, denn diese Menschen bekommen von mir einen kostenlosen Deutschkurs, damit die Kinder hier in die Schule gehen können, damit die Kinder und auch die Eltern ihren Kindern helfen können. Wir bereiten gerade zum Beispiel den Matheunterricht an der Speed Learning School auch in Russisch auf, damit wir hier möglichst schnell den Unterricht zumindest von der Grundschule abdecken können für Kinder, die aus der Ukraine nach Deutschland kommen und dann hier zur Schule gehen sollen. Ich meine, es ist nicht damit getan, dass man sie zur Schule schickt, sie müssen auch die Sprache lernen, aber das nochmal so als Angebot, auch hier werden wir helfen, die Sprache entsprechend zu vermitteln. Gut, aber jetzt einmal intensiv und ernsthaft Gedanken machen, dann die Vorbereitungen treffen, egal in welche Richtung sie gehen und wenn ihr sagt, ich pflanze noch einen Baum im Garten und ansonsten ändert sich nichts, ist das auch in Ordnung und dann wieder zurück und die Sonne scheint, das Wetter ist schön, das Leben ist schön und das Leben besteht nicht nur aus den Nachrichten, die wir im Moment hören, sondern aus viel mehr und im Moment wissen wir glaube ich auch wirklich zu schätzen, was es bedeutet, in Frieden zu leben. in Frieden Vielen Dank.